Ja da sind wir wieder in Minecraft und wir sind ja hier im Lager weil ich dachte mir wir bauen das jetzt wirklich um nicht weil wir machen das wirklich am Dachboden unnötig können wir später auch irgendwann machen hier zu einem Lagerhaus umzuwandeln unser Bild wächst und gedeiht das ist das ist das ist das ist das ist das ist sehr schön brauchen wir eigentlich eh weil wir brauchen das wirklich das ist 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 das is das ist das auch eine machen um das hier zu machen oder das da hinten kann man fertig machen so oder ne ja eigentlich eine situation die man jetzt nicht so schnell haben fiel ja gut ich möchte mich auf die suche gehen und was erforschen und finden ach so ich glaube ich kriege die schwelle an okay vergess mal das für mich so so wir suchen eigentlich ein Dorf oder so wo wir Sachen eben neue Seeds oder so bekommen so 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 angola war da nicht okay so 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 Vielen Dank.